Er spielt jetzt nicht bei der FC Bayern, ist nicht meine Sache, aber es ist schon manchmal verwunderlich, dass man von der Nationalmannschaft wegfährt und dann zwei, drei Tage später wieder spielt. Unsere Spieler bleiben da und spielen immer. Das ist schon verwunderlich. Natürlich, wenn man verletzt ist, fällt man aus, ist klar, aber das haben wir ja gesehen. Serge Gnabry hat auch Rückenprobleme gehabt, ist da geblieben. Barcelona, wissen wir nicht, wahrscheinlich fällt er aus, mei, ist halt so. Ärgert Sie? Ein bisschen schon.